Kopf aufsetzt! Mein Bewusstsein ist unsterblich. Hab ich halt überhaupt ein Leben... Scheiße, weggegeben. Der Köder, ey. Ich mag den. Wird den sympathisch. Aber ich kann jetzt überhaupt nicht heilen. Doch schon, du hast den Massen hier, glaub ich. Ja gut, den hab ich... Muss ich aufladen. Dauert. Aber musst du halt nutzen, wenn wir in der Nähe sind. Auf jeden Fall. Na, wir folgen dir doch. Die Möckel zeigen uns die Spur des Monsters. Easy. Ey, das ist echt mies hier mit dem Schneesturm. Ist auch, Alter, es geht dann auch mit Regen. Ist dann über mit Blitzen. Dann denkst du nur, hast du was gesehen, aber jetzt sind so Schatten. In deiner Rebell bist du hart. Aber jetzt sind wir in Markovs Welt. Ja. Daisy folgt dem Monster auf Fußspuren. Hier ist es, hier ist es, hier ist es. Hier ist es, hier ist es. Hier ist es, hier ist es. Ah, fuck, Alter. Ah, fuck, Alter. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Wow. Aber hier bin ich auf die Fall. Das ist wichtig. Ja, ja. Ich bin tot. Wo ist er? Hier. Jetzt bin ich zwischen dir. Jetzt bist du tot. Ich bin 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 tot. Du bist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab das mal auf sehr laut. Da. Da war's. Aha! Da, genau. Da. Finden wir das denn? Die Vögelflüchte vergewiesen! Geh du mal links da, genau, Sascha. Moment, da unten. Lang links oder rechts? Markiert. Geh mal da weiter. Schon gut da. Ich feuere auf den Geist! Zehn Sekunden sind nicht mehr da. Ich seh das Ziel! Oh, das hier ist ein fettes Fieser, Sascha. Ich glaub, der ist hier in der Höhle drin. Ist er. Ja, ist er. Da, kommt er. Bei mir. Ja. Ich muss ja von der. Leider. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, ich bin nur nicht da. Komm jetzt quasi, ist wieder runtergezogen. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn der Katzen von zu ihr und retzt mich... Ja. Ah. Sehr geil, danke. Angriff! Hup tot Yo Fett meiner als Oster Oh eyy Dehnt sie, weißt du nicht mehr Nein, ich bin nicht mehr Nein, ich bin nicht mehr Fort Dehnt sie Jo, mir tot Frennt weg Maxi, überleben. Sascha, wenn du mir liebst. Ich bin getroffen! Daisy! Oh, Sascha. Sascha, perfekt. Nein! Voll ab. Ja, krass. Oh, nee. Ich sag dir, wenn er kommt, aber er kommt nicht. Doch, jetzt kommt er. Dann weiter. Wenn er raufläuft, er macht Boom. Macht Boom halt, wenn er raufläuft. Oh Gott, er verwandelt sich. Ja, aber dann explodiert er halt automatisch. Der ist Phase 3, ja. Der ist in der Höhle noch irgendwo. Ja, ich wollte. Ist egal, ich renne eh runter zu unserem Dings. Das ist eh noch weit weg. Die Karte, ey. Der ewig. Guck hinter dir. Das ist gut. No powers, no. Wie lange noch, dass ihr da seid? 30 Sekunden. 30. Ich warte mal lieber hier. Ich wüsste jetzt mal nichts. Ja, wo ist schon da? Ist schon beim Stromrelais. Ich warte mal lieber zu. Ja, du bist nicht so schnell. Ja, du musst uns beeilen. Er wird nicht so viel räum, oder? Du könntest nicht so viel räum. Das ist alles. Ja, du musst nicht so viel räum, oder? Ja, aber eigentlich konnte er nicht so viel fressen. Wie kommt ihr? Ja, wir landen. Gleich. Bring dich ab! Er kommt. Geist! Ich hab keine Angst vor dir! Das Monster ist da drüben! Sucht nach den Vögeln! Er hat voll im Kanzuch, Alter. Geist! Dass das Monster ihn erwischt! Geist! Dass das Monster ihn erwischt! Geist! 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 Komm zum Relais! Komm zum Relais runter! Mazza, komm her! Ja, ja, ich bin unterwegs! Natürlich tust du es! Geist! Alter! Ach so, ich bin hier runter jetzt! Ich bin tot! Atos! Wo bist du? Vor dem Relais-Evil! Geist! Kannst du mich wieder zum Leben schicken? Darf ich das denn? Ja, war traurig allein, glaub ich. Ach so! Aber... Ja, jetzt bin ich tot! Boah! Eheh, ey! Boah! Der Typ ist nicht so geil! Ich glaub die andere ist geil irgendwie! Ich weiß nicht! Setz deine Dinger an! Deine Sobermatze! Jaaa! Komm aus! Ich hab keine Dingerung mehr! Ich hab' keine Dingerung mehr! Ich hab' meinen Stromrelai! Mit dem Stromrelai setzen! Ja, hab' ich doch! Ich bin einfach da! Das passt schon! 30 Sekunden sind wieder da! Wenn du kannst nachsetzen, mit dem Stromrelai setzen! Ich muss auf erhöhter Stelle, dann kann ich auch von oben unterschießen. Ja. Auf der Schiff hier. Die Hohle oder das Ding hoch, ja. Genau. Aber da muss die Stromrille zur Stromrille-Seite setzen. Nee, komm. Ja, ich sag nur. Wir kommen gleich. Eine Sekunde. 10 Sekunden. Denk ich mal. Stimmt, Organismus! Lauf dich mit dem Wischen. Die Erde. Akete unterwegs! Hä? Alis-Wakim-Walki. Er ist runter. 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 Heilt durch. Ah, du bist tot, aber ich bin gerade gekommen. Dann Sander. Da. Zusammenbleib, übrigens. Oh mein Gott! Ohohohohohohohohohoh! Wir haben aber halt, das hat richtig angezündet Weil unsichtbarkeit öfters eingesetzt habe, dadurch habe ich mir zu überlebt Was ist das für dich? Ich hab Kopie Na, wo ist das Original da? Da ist er Na, na, komm schon, voll lecker, ich muss gleich weg Schwierig los, Alter Wie, hier gegen Computer? Mhm Ja, am Arme, ich hab ein eigenes Jahr Oh, nein, nein Nee, dein Vieh ist so übel Ich bin so oft gestorben, Alter, wie schnell er mir weggeklatscht hat Ich bin nur einmal gestorben, nee Er hatte gut zweimal, das letzte Mal tatsächlich Boah, noch ein bisschen Punkte, ey Alter, eh nochmal, Alter, ich hab's die ganze Rüstung von ihm weggeballert mit den Minen, ey, ist da voll drin, eh, rumgeheb Das ist schon schön übel Was, da steht weltweiter Durchschnittsdurchsichtungen einmal, haha Ja, ja, der Durchschnitt, der wurde irgendwie... Der zwischendurch wurde irgendwann mal gehackt, da stand alles nur noch eins oder null da Ja Sorry, warum sie das denn nie gerne... 씬